Willkommen liebe Gamer! Heute arbeiten wir mal die MMOs ab, die etwas tiefer blicken lassen. Schnallt euch also an, denn es folgen so viele Brüste und Propos, dass euch danach alles rund vorkommt, was einst eckig war. Wie weibliche Charaktere in Szene gesetzt werden, finde ich manchmal mehr oder weniger geschmackvoll, aber ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Also viel Spaß! Bis zum nächsten Mal! 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 Bis zum nächsten Mal!